logischerweise hardcore und da werden wir mal ein bisschen abgeben auch wenn ich bei der map gar nicht so gewandt bin ich kenne eigentlich echt schlecht die spielt man auch sehr selten los ich suche gegner gibt mir gegner wo gibt mir gegner ist nix ist nix so hier an der schildkröte vielleicht irgendjemand ja da aber der kriegt mich zuerst und es gibt es gar nicht zu dem rein wo seid ihr ich gehe mal wieder hier lang wie gesagt weil ich kenne die map so gut wie gar nicht die habe ich echt selten gespielt genau und da werde ich natürlich mal richtig verkacken richtig verkacken ließ sich gehört okay wenn ich die spiele kommen eigentlich hier immer welche da ist auch einer der mich kriegt was natürlich jetzt blöd dass ich hier dieser map bin werden ich habe den kill drecks camper alter ich versuche mal den zu kriegen ach wenn du damit davon ausgestattet der war noch nötig du jetzt alles doof grad läuft gerade nicht was war das denn digga was soll denn das alter wo steht ich habe übersteuerung weiß ich rennen da vorbei wie kann ich mich so schnell kriegen das geht doch schon wieder gar nicht klar ich hasse die map folter weil ich hier echt nicht weiß wo immer die gegner kommen bisher richtig absturz ich laufe die ganze zeit rum alter kommt keiner dann wusste natürlich unordentlich war nicht dein ernst hier da muss ich ein paar raps zerstören kann man denn raps haben hier auf der map alter das war bestimmt der komische sniper vogel da der darum gekämpft hat du was los da ist einer die ersten kill ein kill bin ich ein killer war bin ich ja ein böser killer so passen auf kennt ihr denn wenn ihr nicht wisst wo lang eigentlich furchtbar ich meine wer sucht auch diese map aus wer hat denn für diese map gestimmt ach nix hier nix ja da liegt einer im busch alter was ist denn das für ein mist das geht doch gar nicht klar was denn das für ein drecks camper ich würde der liegt jetzt den gang das ganze spiel da irgendwo rum was ist denn das das macht doch überhaupt keinen spaß feindliche schwebeladung gesichtet naja muss jeder selber wissen war hat so ein feiger loser ist besser habe ich lieber eine schlechte kd bevor ich mich da irgendwo hin hocke oder hinlege und auf gegner warte feindliche blitzschlag zielerfassung habe ich dachte da ist er wieder man die map ist so behindert und du stehst jetzt hier im weg oder was ich bin dritt damit zwei kills man es geht doch gar nicht wenigstens noch eingeholt aber ich weiß ja nicht was das hier für spieler sind der linke war bitte 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 gibt mir eine andere map beim nächsten mal geh weg weg von mir sage ich dir ich glaub mal nach vielleicht kommt hier noch je nach kinder da sag mal liegt der penner hinten noch ja da sag ich mir deinen kopf geholt du elendiger wie kann man denn an der stelle da hinten kämpfen ich glaub's ja nicht guck dir das waren 28 zu 75 das ist ja ganz ganz schlecht ich bin wenigstens zweiter geworden naja also leute danke fürs zuschauen war eine scheiß map ich mag die nicht beim nächsten mal gibt es eine bessere map und wir haben wieder spaß auf